...Salt-Palace, der braucht den ersten Halb heute, um nach einem ersten Durchgang noch besser zu sein. Über die sonnige Fläche, die mit Salz behandelte sonnige Fläche, verliert er da oben ein paar Hundertstel. Kommen wir hoch, Hüsa. Wie Tunger? Genau, gleich, ja, genau. Schön von hinten gefahren. Ja, der hat das Commitment, das Frechtritt zu fahren, die Winkel anzubringen. Ja, das ist schon gut, in dieser Zwischenzeit, dort traue ich nicht so ganz. Also ich hatte den Eindruck, der Vorsprung müsste eigentlich noch grosser sein. Wenn es nicht so ist, ja dann soll es meinem Schweizer Skiherzen schon recht sein. Für die Amerikaner wäre es natürlich eine Riesengeschichte, wenn er hier vorne hinfahren könnte. Er musste eine perfekte Banane bringen, der Schwung müsste super sein. War das perfekt? Wow, es wird ganz ehrlich werden! Genau.